Guck mal noch mal. Wow. Cloud-Anbieter. Wow. Der Echo-Dämmungs... Fuck. Jetzt ist es wieder ein bisschen besser. Reden wir noch mal Tacheles. Cloud-Anbieter. Warum seid ihr so verdammt teuer? Wenn man im Schnitt kalkuliert, kostet ein durchschnittlicher Cloud-Speicher ungefähr 9 Euro im Monat für 100 Gigabyte. Das ist viel zu viel. Warum müsst ihr das tun? Warum müsst ihr das tun? Sag es mir. Also für normale Nutzer eignen sich diese Cloud-Angebote eigentlich fast gar nicht, wenn ich mir das überlege. Ihr wollt für eure Spiele oder für eure Schulpräsentation ein bisschen Speicher, vielleicht noch ein paar Videos darüber schaufeln. Das ist viel zu viel. Ich habe eine Lösung gesucht. Und zwar Dennis produziert Videos, wir produzieren Videos. Wie können wir schnell Daten austauschen? Unser Internet ist holzklasse. Wir brauchen einen Cloud-Anbieter, der die Sache übernehmen kann. Aber ich bin nicht bereit 9 bis 20 Euro im Monat auszugeben, nur dass unsere Daten hin und her wandern. Also was macht man da? Was soll man da machen? Was kann man da überhaupt machen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe einen einzigen Cloud-Anbieter gefunden, der was drauf hat. Einen einzigen. Der nennt sich Sulz. Und dieser Anbieter bietet uns insgesamt zwei Terabyte Speicher. Für einmal 39 Euro bekommt man sein Leben lang, also solange der Anbieter bestehen bleibt, zwei Terabyte Speicher, einen Terabyte für Backups und Wards und einen Instant-Speicher. Das Ganze kann man über das Browser-Interface erreichen und schön drag-and-droppen, wie man es von anderen Sachen auch kennt. Finde ich ganz geil. Die Windows und Mac App ist eigentlich, äh, na. Der Instant-Speicher ist cool. Schade, dass man den über den Browser erreichen kann. Irgendwo muss es ja eine kleine Krux geben. Das nutzen wir jetzt, um unsere Datenwust hin und her zu schaufeln. Und hat uns das Leben einiges erleichtert. Vielleicht erleichtert es euch auch das Leben ein kleines bisschen. Deshalb, falls ihr relativ schnell einen Speicher sucht, und zwar relativ viel, bis zu 1 Terabyte Instant, gebt euch nicht mit dem bestehenden Cloud-Angebot ab. Es gibt aber zu trotzdem noch ein paar Hersteller, die ein bisschen was drauf haben. Holt euch Sulz. Sulz hat unserer Meinung nach ziemlich drauf. Und ihr habt keine Datei-Limitierung. Das heißt, ihr könnt welches Format hochladen ihr auch immer wollt. Ob es jetzt Excel sind, ZIP-Dateien, ISOs. Und es gibt keine Größenbeschränkungen. Das heißt, die Datei darf so groß sein, wie ihr möchtet. Ihr dürft natürlich nicht die Speicher-Kopazität von einem Terabyte überschreiten. Aber ihr würdet es schon machen. Viel Spaß mit dem Tipp. Und schaut ein paar Videos von uns hier oben an. Und das ist voll toll. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Wie immer. Haut rein. Also sehen wir uns hier dring-Kanier. Und dann sind das hier unten drin.